Was haben wir denn da? Was hab ich da? Habe ich da eine Grundschule stehen? Was hab ich da? Was ist das? Grundschule? Hä, doch. Achso, ja, okay. Ich muss das auch auswählen. Oh, jetzt sind die Steuern zu hoch beim Gewerbegebiet. Okay, Gewerbegebiet meckert. Wir gehen wieder runter auf 19. Na, meckert noch? Ja, meckert immer noch. 18? Kommt schon. Wir können auch bei 14 nicht mehr meckern, ey. Ach, das sind nur zwei, die meckern. Ja, ist mir egal. Was haben die denn für Probleme? Nicht genügend Arbeiter. Ja. Ja, wir haben so viel... Wieso haben die nicht genug Strom? Alles klar, ähm... Hier wollte ich... Hier ist einer. Perfekt. Hier steht perfekt. Da steht einer. Perfekt. Hier wollte ich auch noch einen hinhauen. Lärmbelästigung. Shit! Hätte ich nicht machen sollen. Ja, ich muss die irgendwann nochmal überall verteilen. Nein, die Steuern sind nicht zu hoch. Wohngebiete haben wir doch auch... Oh Gott! Ähm... Ja, ich wollte erst mal eine... Schule bauen. Schule bauen. Genau. 24.000. Shit! Ich versuche es nochmal. Wie die Steuern sind für die zu hoch. Halt die Schnauze. Die Steuern sind nicht zu hoch. Meckern jetzt noch mehr? Ja, wenn nur 1, 2 meckern oder so, dann ist alles okay. Dann kann ich das so lassen. Aber wenn alle halt meckern, ist ein bisschen problematisch. Dann muss ich es ja wieder runterziehen. 14 Prozent. Das Wohngebiet. Alles annehmbar. Alles klar. 15. Jetzt meckern 3. Oh, nee, 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 nee. Okay, 15 ist zu hoch. 14 können wir lassen. 14 können wir lassen, oder? Auch nicht. Okay. Gehen wir wieder runter auf 13. Bei 13 habt ihr eben aber auch nicht gemeckert. Kommt schon, danke. So, Gewerbegebiet. Ja, die da oben meckern. Ist okay. Lassen wir so. 10.000. Ähm. Bildung. Ja, wir haben halt keine Oberschule, ne? Ich wollte hier oben eine Oberschule erstmal hinklatschen. Aber wir haben dafür erstmal gerade kein Geld. Und meine Cam leckt. Ich hasse es. Ich mach sie aus. Jetzt bin ich weg. Okay, ich lass sie an. Ähm. Aber ich ende eh gleich die Aufnahmesession. Ich will erstmal noch eine Oberschule bauen. Und dann beenden wir die Aufnahmesession. Okay, ich muss die. Steuer hierfür wieder ein bisschen runterschrauben. Auf 14%. Dann geht das wieder weg. Und das mach ich immer auf 13%. Und jetzt meckert nicht mehr. Danke. Das ist so geil. Mein Energy ist einfach transparent. Weil es grün ist. GG. Super geil. Super geil. Ich hab eigentlich keinen Bock mit City Skylines aufzuhören. Aber ich glaube ich muss es einfach ein bisschen laufen lassen. damit wir ein bisschen Geld farben können. Aber echt. Also wir haben gar nichts. Gar nichts. Und. Ja. Aber Wohngebiet Nachfrage ist so hoch. Ich muss mehr Wohngebiete bauen, Leute. Wenn wir die Grundschule, äh die Oberschule gebaut haben, bauen wir Wohngebiete. Auf jeden Fall. Also hier kommt eine Oberschule hin. Und hier unten kann ich auch nochmal eine Oberschule hinhauen. Ja, doch. Das passt glaube ich ganz gut. Komm. Mehr Geld. Mehr Geld. Mehr Geld. Mehr Geld. Ah. Hab ich wieder vier Parts, ne? Oh, ich hab noch 15. Oh, ich hab noch 15 Minuten Zeit. Okay. 15 Minuten spiel ich jetzt noch. Hab ich vier Parts. Perfekt. Super geil. Bis hier unten. Nur die nicht mehr. Dann haben wir hier noch eine Oberschule hin später. Ja. Da eine Oberschule. Und vielleicht irgendwo hier unten nochmal. Oder hier. Industriegebiet findet die Steuern zu hoch. Aber viel zu viele Industriegebiete finden die Steuern zu hoch. Hauen wir auch mal auf 13 Prozent. Ja genau. Hier unten. Alles klar. Super. Okay. Ähm. Feuerwehr. Wo wollt ihr nochmal eine Feuerwehr hin? Und hier noch irgendwo, ne? Kann ich die hier... Ja, hier. Ich kann die hier überbauen. Glaube ich. Ja, alles klar. Super. Mach ich dann. Hier baue ich die dann hin. 12.000. Das haben wir eigentlich mittlerweile recht schnell gefarmt. Wie es aussieht. Ja. Doch, doch. Wir haben schon das Jahr 2021, ey. Kacke. Das ist heftig. Ich bin alt geworden. In so kurzer Zeit. In knapp zweieinhalb Stunden bin ich so alt geworden, ey. Fünf Jahre älter. Okay, vier. Obwohl. Ja, vier. Glaube ich. Warte mal. 2021 bin ich noch nicht... Okay, fünf Jahre älter. Ne, bin ich noch... Doch. Ja. Fünf Jahre älter. Genau. Alles klar. Und hier wollen die auch noch eine Feuerwehr hinauen, ne? Genau. Hier. Und hier unten. Äh, hier oben. Und hier... Hier habe ich doch eine Feuerwehr. Warum fackelt hier denn trotzdem noch alles ab? Hier habe ich auch noch eine. Warum ist denn hier so viel Gefahr, dass alles anbrennt? Weil die sind... Die sind die Dings zu nah? Die Stromleitungen oder so? Keine Ahnung. Ist ja mal kacke. So. Das hätten wir. Hier kommt dann aber auch die letzte Feuerwehr hin erstmal. Ich meine, das ist ja langsam echt, ne? Guck mal hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Feuerwehrstationen. Holy shit. Holy, holy, holy shit. Feuerwehrhaus. 60.000. Warum wir hier ein Feuerwehrhaus hin. Als letztes. Hier ein richtiges Feuerwehrhaus. Aber bevor wir das machen. Julie Blackwell. Ich suche nach einer Wohnung oder einem Haus in der Stadt. Ich rufe alles Werte. Bitte PM. Kann man die... Kann man die wirklich PM? Hä, du wohnst hier doch schon. Okay. Okay. Grundschule habe ich doch auch, ne? Grundschule und Dings. Hä, warum ist denn das so? Ja gut, allgemeines Angebot ist das wahrscheinlich. Ja, okay. Äh, wo bauen wir... Wir müssen die hier hinbauen. Oder will ich die hier oben hinbauen? Äh, wo will ich sie hinbauen? Will ich hier oben? Ich glaube, ich platziere sie hier oben. Hast keine Stromleitung im Weg. Ja. Ja, doch. Äh, aber da. Hier fehlt Strom. Kann ich noch irgendwo... Hier ist dann zu viel Lärmbelästigung. Hm. Was ist, wenn ich hier jetzt eine hinhaue? Dann haben die hier immer noch nicht genug Strom. Was ist, wenn ich... Ich holze einfach... Doch, jetzt haben sie genug Strom. Aber wir brauchen noch mehr Strom. Verfügbarer Strom. Steige. Mehr und mehr. Wir müssen ganz viel Strom, Dings, bauen. Heilige Kacke. Heilige Kacke. Stromerzeugung und Stromverbrauch. Ei, ei, ei. Äh, so. Äh, Lady... Tessier Ashpool beginnt mit dem Bau von irgendwas anderem. Okay. Oder irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Ja, GG. Ähm. Was will ich denn jetzt noch bauen eigentlich? Irgendwas wollte ich noch bauen. Industriegebietnachfrage ist halt mega. Ich muss mehr Wohngebiete bauen. Ich muss die Wohngebiete erweitern. Aber ich kann auch keine Straße mehr bauen. Muss ich wieder was abreißen. Ne, hier habe ich noch. Okay. Hier habe ich noch Straße frei. Dann hauen wir das mal nach hier. Und hier bauen wir jetzt komplett nur Wohngebiete. Machen wir mal so. Ne. Machen wir mal. Wenn ich das jetzt nach da mache. Kann ich dann... Ja! Aber dann ist das ein Weg. Kann ich... Äh... Hm. Moment. Dann will ich mal von... Hier aus. Nach... Dort. Straße bauen, die so führt. Super. Das ist perfekt. Bis hier. Dann nochmal eine Straße bauen, die... Äh... Okay, das ist zu weit. Das ist auch zu doof. Die irgendwie hier so dran vorbeiführt. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Wir könnten erstmal so eine Straße hier lang bauen. Genau, aber es muss noch ein bisschen niedriger. So bis... Hier. Dann hier noch eine Straße. Zack, bis hier. Super. Von hier aus dann nochmal eine Straße bis nach... Dort. Hier nochmal eine Weganbindung bis nach da. Dann von hier nochmal nach da. Von hier nochmal nach... Weiß ich nicht. Nee, von... Wenn dann von... Hier nach dort. Von hier nach dort. Von hier nach da. So viel Gebiet... So viel Wohngebiet jetzt, ey. So, und von hier nochmal nach... Wir haben nicht genug Geld. Wow, wir haben unser ganzes Geld gerade verballert. Ja, geh, geh, geh. So, und das alles ist Wohngebiet. Alles hier ist Wohngebiet. Kaufen Sie ein neues Land. Ja, das sollte ich bald auch machen. Upsi. Nachdem ich hier... Wirklich jedes Fleckchen... Oh, guck mal schon. Das nächste Haus wurde gebaut da. Wenn ich wirklich hier jedes verdammte Fleckchen an... Erde... Bebaut habe. Mit irgendwas. Und ich glaube, ich führe die Straße... Diesen Zipfel da oben... Gleich noch weiter bis ins Industriegebiet. Oder so. Keine Ahnung. Hier kommt auf jeden Fall... Auch nochmal eine Schule hin. Eine Grundschule kommt dorthin... Wo ich jetzt gerade irgendwie diesen Fleck mache. Auf der rechten Seite dort. Ich würde sagen, hier oben bauen wir eine Oberschule hin. Irgendwie. Ja, das klingt nach einem sehr guten Plan. So. Feuerwehr und so kann hier auch noch irgendwo hin. Ich würde sagen... Ähm... Hier kommt die Oberschule hin. Da würde ich sagen, kommt... Hier hinten... Die Feuerwehr. Medizin kommt auch noch irgendwie... Dorthin auf diesen Fleck da. Auf diesen einzelnen. Perfekt. Alles geplant. Alles ausgeplant. Super. Dann brauchen wir jetzt... Rohrleitungen. Zack. Und ich verteile die jetzt nicht mehr nur unter den Straßen. Ich verteile die jetzt einfach... Irgendwie... Irgendwie verteile ich die jetzt. Immer bis hier. Dann noch einmal bis hier. So. Hier haben wir noch kein Wasser. Und dann von hier einmal... Hier rüber. So. Perfekt. Ich weiß gar nicht. Ist genug Strom hier? Strom ist hier gar nicht. Ja, GG. Äh... Ja, doch hier schon. Ich weiß gar nicht. Wie soll ich hier den Strom anbinden irgendwie? So. Ganz leicht. Zack. 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 Und... Zack. Hier vielleicht noch so... Irgendwie... So. Hier. Irgendwie reinquetschen halt. Keine Ahnung genau wie. Irgendwie geht das schon. So. Der Strom da oben ist gar nicht an. Ist ein bisschen problematisch. Hier. Das hat dann keine Verbindung irgendwie mit irgendwas. Ja, müssen wir... Warte mal. Was für ein Gebiet haben wir da? Ne, da wollen wir... Ah, dann muss ich das auf die andere Seite ziehen. Von hier bis... Sorry-Gebiet. Zack. 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 Dann würde ich das doch mal bis hier hin machen. Und das geht nicht. Ja, er muss das hier dran glauben. Können wir die Verbindung nochmal einreißen, bitte? Von hier dann bis hier. So. Haben wir halt ein bisschen was abgezogen. Hier können wir dann in die Mitte nochmal so einstellen. Können wir nicht. Okay. Klatschen wir den hier hin? Sieht total scheiße aus. Aber egal. Ähm... Ja. So. Hauen wir erstmal eine Feuerwehr. Wo wollte ich die Feuerwehr hin? Feuerwehr hatte ich geplant. Wo hatte ich denn das geplant? Da oben, ne? Genau. Feuerwehr... Hier hin. So, dann haben wir hier nochmal eine Arztpraxis gleich hin, wenn wir das Geld haben. Die wollte ich wo hin bauen? Hier, ne? Ja, hier wollte ich die Arztpraxis hin bauen. Genau. Hier hin. Gut, dann warten wir kurz das Geld ab. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Guck mal, da wird auch rechts hier was gebaut. Auch nicht schlecht. Warte, was ist jetzt hier? Shit. Ja, es war da. Okay. Ich muss mir diesen Ort merken. Gut, das Geld haben wir davor auch gleich zusammen. Dann noch eine Grundschule. Oh, ist aber wieder noch. Oh, ein riesiges Krankenhaus wahrscheinlich, ne? Ja, ein Krankenhaus. Oh. Wir brauchen unbedingt... Das hier wird, glaube ich, so die Anfangs... Das Anfangs-Dörflein. Wo wirklich nur dieses Kleingebäude hinkommen. Und das erweitern wir denn nach... Weiß ich noch nicht. Hier oben, glaube ich, wird dann dieser riesige Hauptteil der Stadt sein. Wo die ganzen Wohnblöcke und sowas sind. Keine Ahnung. Irgendwie so. So, ähm... Wo? Hier wollte ich... Wollte ich hier nicht... Ich glaube, da wollte ich die Oberschule hinmachen. Egal. Ist ja... Ich glaube, beides gleich groß. Sollte ich die Oberschule vielleicht hier hinmachen? Oder irgendwie... Hier hin. Hier hin muss die Oberschule. Da störe ich keine Leitung hin. Okay, jetzt ziehen wir mal... Das ganze Stück hier weg. Upsi. Das ganze Stück hier weg. Oh, ich hab daraus gewählt. Das ganze Stück hier weg. Das hier auch nochmal. Und... Das hier kann hin. Schade. Ähm... Gut. Wie lange... Oh, zwei Minuten haben wir noch. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen... Bauen wir das doch eher beim nächsten Mal. Wo wollte ich das denn hinbauen? Hier oben. Ähm... Da in dieses Gebiet. Die Grundschule. Supergeil. Wollte ich hier unten auch noch eine hinbauen? Ich weiß es gar nicht. Platz habe ich dafür auf jeden Fall keine. Hm. Bietet ein Lagerräume mit sicheren Türen zu mieten an. Okay. Ich sollte mal eben... Die ganzen Müllhalden... Angucken. Ah, zu 89% voll. Ich sollte die mal... Leeren lassen. Zack. Leeren. Hatte ich noch eine? Hier hatte ich noch eine. Ausleeren. Hatte ich hier noch irgendwo eine? Ja, hier habe ich noch eine. Ausleeren. Äh... Ne, werden alle ausgeleert. Okay, gut. Das ist nämlich auch sehr wichtig. So, Feuerwehr habe ich hier stehen. Krankenhaus habe ich da auch stehen. Ja, Grundschule habe ich. Dann kommt hier nur noch später... Die Oberschule hin. Grundschule brauche ich auch eigentlich nirgends mehr, ne? Nee. Nee, nee. Hier unten vielleicht. Ja, okay. Ich weiß nicht, was das für ein Haus da unten ist. Ah, das ist die Feuerwache. Okay. Wie viel Platz nimmt denn die Grundschule weg? Könnte ich die... an einen dieser Flecke stellen? Ich müsste... Ich müsste immer zwei Häuser abreißen, wie es aussieht. Mindestens zwei. Ja, dann haue ich... Ich glaube, ich haue diese beiden Häuser hier weg. Zack, zack. Und baue da eine Grundschule hin. Haben wir da unten auch noch mal genug Bildung nochmal für alle? Haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Grundschulen. Hier oben habe ich eine Grundschule? Ist klar. Warum habe ich da oben eine Grundschule? Ha, jub nicht. Egal. Die da haben keinen Strom. Nicht genug Strom zumindest. Müssen wir nochmal ändern. Wir brauchen mehr Strom. Heißt, wir klatschen hier nochmal einen hin. Stromerzeugung haben wir... Okay, wir hatten gerade weniger Stromerzeugung als Stromverbrauch. Das ist nicht so gut. Können wir die Steuern eigentlich wieder erhöhen? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal nach. Steuern. Ähm. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Bisschen so. Dass man das irgendwie aus dem Augenwinkel so erkennen kann. Da hinten ist da so ein riesiges Wohngebiet. Meckern sie bei 14. Nein. Bei 15? Auch nicht. Bei 16? Auch nicht. Die Wohngebiete bringen mir so viel Geld, ne? Ist so geil. Auch nicht. 18? Auch nicht. Ich glaube, dann lasse ich das jetzt erstmal auf 18. Gewerbegebiet. Mach ich mal gleich auf 16. Industriegebiet auch. Mal sehen, ob sie meckern. Nee. Bisher scheint mir das nicht so. Oh. Jetzt weckert das Wohngebiet. Oh, oh, oh. Das Wohngebiet meckert. Machen wir mal auf 16. Komm, nehmt das wieder zurück. Die Steuern sind nicht so hoch. Okay, die Steuern sind zu hoch. 15? Hört auf zu meckern. Meckert doch nicht. Okay, bei 13. Okay, wir können sie nicht... Oh. Kräftig Kohle schaffen. Wir haben ein neues Gebäude und wir haben eine Chief mitbekommen. Alles klar. Erstmal will ich die Oberschule bauen. Und zwar hier und hier oben hin. Genau, supergeil. Da müssen wir auf jeden Fall neue Stromsachen bauen. Hier hin. Hier hin. Hier baue ich dann auch nochmal gleich hin. Hier, die haben... Ach, die haben gar keinen Strom. Oder wenig Strom. Vielleicht... Ja, ich habe das gerade eben schon gesehen. Ich weiß. Danke. Dass du mir das zeigst. Gewerbegebiet und so meckert eigentlich nicht, ne? Ne, das meckert nicht von den Steuern her. Super. Ja, dann meckert doch ein einziges Haus. Juckt nicht. Ne, meckern nicht. Ah doch, jetzt fängt das Gewerbegebiet an zu meckern. Mach ich euch auch mal wieder runter auf 14. Auf 13. Ja, ihr bringt eh kein Geld. Irgendwie. Und ich sollte den Partys endlich langsam mal beenden. Das wird sonst zu lange wieder. Das geht zu lange auf. So. Industriegebiet meckert auch. Ja, komm. Ich setze alle auf 13. Das war... Es ist ein guter Wert. Das war ein guter Wert. So, ja. Ich habe... Okay, ich muss... Das in den Normalbetrieb setzen. Warten, bis das hier leer ist. Leerung, Stopp, Müllfahrzeuge in Verwendung. Drei. Ja, das ist auch nur zu 19% voll. Alles gut. 37 ist schon ein bisschen zu viel. Oh, nee. Ja, 37, 42, 2 haben wir im Betrieb. Das ist halt einfach echt zu voll. Sagen wir mal, ab 40 ist mir zu voll. Dann 40 ist dann... Ja. So. Dürfen die gleich auch nicht mehr meckern. Was den Müll angeht. Ich glaube, ich muss eins zur Zeit leeren. Ich darf nur eins zur Zeit leeren. Genau, es geht jetzt alles wieder weg. Was hat er hier hinten für Probleme? Kranke Bürger. Ja, dann geht zum Arzt. Ihr habt hier hinten sogar ein Krankenhaus. Also eine Arztpraxis. Falls ihr tot seid, dann habt ihr auch einen Friedhof. Und meinetwegen sind die nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja, ich habe Schulen gebaut. Also. Mehr kann ich euch da nicht so wirklich helfen. Äh, ein Krankenhaus könnte... Ja, ein Krankenhaus könnte... Ein Krankenhaus wäre eigentlich echt mal eine ganz gute Sache, ne? Das könnten wir hier irgendwie hinbauen. Das Krankenhaus. Irgendwie hier so. Alles Gott, das sind 65 fucking tausend. Können auch mal ein Busdepot bauen, aber... Ah. Grundschule O... Oh, wir müssen noch eine Oberschule bauen. Die Oberschule klatsche ich dann hier hin. Die Oberschule klatsche ich dann hier hin. Das... Das farmen wir noch schnell das Geld. Meine Güte, ey. Ich... Ich farme... Ne. Ich will nicht aufhören, es aufzunehmen, aber es wird einfach zu lange sonst. Äh... Außerdem geht das Geläge meiner Kärme hier auf den Piss. Und... Bis ich dann die nächste Aufnahmesession mache... Haben wir da... Habe ich dann meine... Neue Sachen. Also von da her. Ich hoffe, das bringt mir überhaupt was. Ich hoffe es. So, sehr gut. Bildung ist halt... Wieso ist das... Was ist denn das? Absolventen. Ja, okay. Die Achso. Die Absolventen sind niedrig. Ah. Okay. Aber die Effizienz ist auf jeden Fall hoch. Die Absolventen sind niedrig. Ah. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Oh. Oh, wir haben... Oh, wir haben bald die nächste Stufe. Uh. Uh. Super. Super geil. Wir brauchen mehr Strom. Guck mal, ihr meckert schon wieder, weil ich wegen Strom. Wir haben... Eieieiei. Wir haben so viel Verbrauch, aber so wenig... So wenig, so wenig... Ja, so wenig Erzeugung, genau. Egal. So, wir müssen das eben... Ich... Ich glaube, wenn wir... Weiß ich nicht. Ich glaube, ich baue die Stadt bald nochmal komplett neu auf. Ich glaube, ich fahre bis zur nächsten Aufnahmesession... Oh, ich kann nicht mehr sitzen. Oh. Ich glaube, ich fahre bis zur nächsten Aufnahmesession nochmal komplett... Also, schön viel Geld. Schön viel Geld zusammen. Reiß alles ab, aber komplett alles. Ich weiß gar nicht, ob wir dafür auch Geld zurückbekommen oder so, wenn wir irgendwas verkaufen, sag ich mal. Und... Da baue ich nochmal alles nacheinander auf. Und das strukturierter. Ich weiß ja jetzt, okay, wir sollten das hier zum Beispiel an einen kompletten Ort packen von Industrie. Ähm... Also, diese... Windräder, sag ich mal. Ähm... Wir können Steuern erhöhen. Hätte ich das vorher gewusst. Wäre auch ein bisschen... Wärte ich ein bisschen was ändern können, wahrscheinlich. Ähm... Ja. Wohngebiet müssen... Es muss viel mehr Wohngebiet geben. Ich muss die Leitungen komplett anders legen. Etc. Wir haben... Den nächsten Meilenstein bekommen. Okay, alles klar. Wir haben... Oh, wir haben ganz gut was am Geld bekommen. Ist das schön. Das ist sehr schick. Botanischer Garten. Ja, Gigi. Oh, wie süß. Karussellpark. Auch geil. Und ne Hüpfburg. Ne Hüpfburg. Ich muss diesen Hüpfburgpark bauen. Neben die Schule. Ja, Gigi. Ja, Gigi. Ist ja geil. Äh... Oh, wir können eine Müllverbrennungsanlage bauen. Die klatschen wir direkt neben den Müll. Super. Können wir noch irgendwas am Wasser... Abwasser-Dings bauen? Hä, ist denn alles okay? Glaube ich mal. Hier vorn. Was ist das? Kohlekraftwerk. Starke Umweltverschmutzung. Egal. Hauen wir hier hin. So. Gut. Jetzt speichern wir, Leute. Gut was aufgenommen. Vielleicht werden es 30 Minuten Parts. Ich weiß es noch nicht. Spiel speichern. Das können wir überschreiben. Ich weiß gar nicht mal, wie ich den Quicksave überhaupt gemacht habe. So. Ähm... Und dann verlassen wir das Spiel. Zurück zum Hauptmenü, Leute. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel langsam. Ohne Witz. Ich bin nur total dumm, was strukturierter Aufbau angeht. In solchen Spielen. Ich schaff das irgendwie nicht. Ich bin total schlecht in sowas. Naja, Leute. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut... Na rein. Na.